Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Neuauflage dieses Videos. Vor kurzem habe ich ein Video hochgeladen, das heißt mit Verstand durch die Krise und darauf habe ich ziemlich viel Feedback bekommen und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, heute noch ein Video zu machen. Ich habe nämlich einiges von euren Kommentaren gelesen, natürlich auch, ich glaube, alle beantwortet und da sind mir noch einige Sachen eingefallen und darauf gehe ich natürlich heute ein. In diesem Video habe ich einige Sachen, die ich schon beim letzten Mal gezeigt habe. Das ist dann quasi eine Wiederholung für die Leute, die das andere Video schon gesehen haben und diejenigen, die das erste Mal dabei sind, die haben direkt den richtigen Input mit ein paar zusätzlichen Infos, die ich beim letzten Mal aufgeschnappt habe, die vielleicht auch ganz interessant sind. Ihr seht, der Tisch ist super vollgepackt, ihr müsst euch nichts aufschreiben. Ich habe alles in die Videobeschreibung gepackt. Wer meinen Kanal aktiv unterstützen möchte, kann einige dieser Dinge zum Beispiel über den Link in der Videobeschreibung kaufen. Vergesst mir nicht auf Instagram zu folgen und jetzt geht's los. Einige Leute haben vielleicht 2020 mitbekommen, dass nichts für die Ewigkeit ist. Wo man 2018, 2019 noch gesagt hat, es wird immer so weitergehen, wie es jetzt ist, immer schneller, weiter, höher und besser und es wird nie ein Limit geben, wurden 2020 relativ schnell ausgebremst. Plötzlich waren Regale leer, die Nudeln waren ausverkauft, der Reis war weg, das Öl 2020 einfach weg oder plötzlich 5 Euro anstatt 70 oder 80 Cent. Übrigens in vielen europäischen Nachbarländern kostet das Öl nicht unbedingt mehr. Also wer nach Schweden geht oder nach Finnland, sieht plötzlich, dass Rapsöl oder was weiß ich für ein Öl auch da stehen für einen Euro. Und lustigerweise kommt dieses Öl auch aus Deutschland. Also mich wundert das, warum dann hier manche Öle vielleicht 5 oder 10 Euro kosten. Nichts ist so für die Ewigkeit. Und viele Leute haben 2020 gemerkt, dass vielleicht das von den Medien gezeichnete Bild relativ konträr ist zu dem, wie viele Leute es wahrnehmen. Man hätte ja quasi vermuten können, Anfang 2020, dass die Weltbevölkerung um Millionen von Leuten schrumpft, Ende 2020 und es war nicht so. Jetzt haben wir 2021 gehabt. Viele Sachen haben sich einfach zugespitzt. Ihr solltet im Winter nicht mehr als 15 Kilometer von eurer Haustür aus dem Haus gehen. Dachten, okay, oder 2G, 3G, 2G plus, was weiß ich, was es alles gab. Jetzt haben wir Sommer 2022 und vor der Haustür findet einfach ein Konflikt statt, wo man so dachte, okay, das hat ja schon 2014 angefangen, war kurze Zeit in den Medien, dann acht Jahre aus den Medien. Jetzt ist es wieder in den Medien. Jetzt werden die Leute im Sommer 2022 so ein bisschen darauf eingestimmt, dass das Gas vielleicht weniger werden könnte, die Stromversorgung nicht so sein kann, wie sie zum Beispiel 2018 oder 2019 war. Wir haben noch drei aktive AKWs am Netz und man könnte denken, okay, jetzt wollt ihr wieder mit Kohle kommen. Warum nicht ein AKW bauen auf einem neuesten Stand mit selbst erfallenden Brennstäben zum Beispiel. Es sind so viele Dinge, die irgendwie zu wenig Sinn machen. Dann wollt ihr den Markt mit subventionierten E-Autos vollpumpen und man denkt sich, wo soll dann der Strom herkommen, wenn ihr die AKWs abschaltet? Ah, aus dem Ausland und wo kommt da der Strom her? Also warum nicht selber Strom produzieren? Übrigens mit dem Gas auch noch ganz interessant. Wir haben ja Take-or-Pay-Verträge. Könnt ihr mal nachforschen. Und zwar ist es so, wir zahlen bis 2030 für das Gas aus Russland, aber nehmen es jetzt nicht mehr. Stell dir vor, du schließt einen Handyvertrag ab. Der kostet dich im Monat 40 Euro, aber du nutzt ihn nicht. Und Deutschland, das weiß ich von Weltplus, hat irgendwie Gasvorkommen in Höhe von 2,3 Billionen Kubikmeter. Das heißt, wir könnten vom Gas komplett unabhängig sein für die nächsten 20, 30 Jahre. Warum kommt man nicht auf die Idee, das jetzt zu fördern? Könnt ihr natürlich sagen, ja, das ist Fracking-Gas, das ist schlecht für die Umwelt. Das steht auf einem anderen Papier. Aber jetzt Fracking-Gas aus den USA zu nehmen, halte ich jetzt nicht unbedingt für eine bessere Idee, weil das muss ja erst runtergekühlt werden, damit es flüssig ist. Dann muss ein großes Schiff das in Richtung Europa bringen. Dann muss es ein LNG-Terminal geben, was relativ wenige in Europa sind. Ich glaube, 21 sind es in der Summe. Oder wir kaufen jetzt das Öl aus Indien, was vorher aus Russland kam, aber das kaufen wir zu erhöhten Preisen, weil es jetzt aus Indien kommt. Also macht wenig Sinn. Und das, was die Medien für ein Bill zeichnen, ist halt relativ konträr zu der Wahrnehmung. Und das Problem ist immer, müssen es die Steuerzahler zahlen. Es müssen ja nie irgendwelche Leute in Berlin dafür gerade stehen und sagen, okay, ich habe das gesagt, das war ein Fehler. Jetzt zahle ich dafür oder verzichte auf meine Pension oder auf meinen Soll im Monat. Nein, das passiert nicht. Die Steuerzahler sollen für alles aufkommen. In diesem Video geht es jetzt allerdings darum, wie ihr euch am besten auf gewisse Eventualitäten vorbereiten könnt. Also ihr habt ja schon gerade rausgehört, wer AKWs abschaltet, Kohlekraftwerke abschaltet, jetzt vielleicht wieder ans Netz nimmt oder auf das Gas verzichtet, bewusst darauf verzichtet. Und wir haben ja auch Gaskraftwerke in Deutschland. Das bedeutet, die produzieren ja auch Strom. Und wenn das Gas weniger wird, produzieren diese Gaskraftwerke keinen Strom mehr. Und damit könnte es ja flächendeckend vielleicht mal zu einem großen Stromausfall kommen, was dann dafür sorgen wird, dass vielleicht einige Fabriken nicht mehr produzieren können. Die Unternehmen müssen ihre Arbeit niederlegen. Das kann sein, dass die Arbeitsstätten euch dann nicht mehr bezahlen können und so weiter und so fort. Es kann allerdings auch sein, dass es zu einer Flutkatastrophe kommt. Ich darf nochmal an Juli 2021 erinnern, im Ahrtal, wo die Leute plötzlich dastanden und sagen, ey krass, man hätte es zwar zehn Tage vorher erfahren können, die Sun hat nämlich darüber berichtet, 24 Stunden wusste man sogar die Uhrzeit, aber man hat es laufen lassen. Und wir haben jetzt fast Juli 2022 und ich habe mir sagen lassen, dass es immer noch Leute im Ahrtal gibt, die ohne Strom sind oder ohne fließendes Wasser. Und das im Jahr 2022, wo wir so viel Geld für alles Mögliche haben, nur eben nicht fürs eigene Volk. Und mir geht es in diesem Video darum, wie ihr euch auf gewisse Dinge vorbereiten könnt. Es kann ja auch so sein, dass ihr rausgeht und euer Bein bricht oder mal den Arm gebrochen habt und ihr müsst mal für zwei, drei Wochen zu Hause bleiben, könnt nicht einkaufen gehen, Family wohnt weiter weg, dann seid ihr darauf vorbereitet. Ihr habt genug Essen zu Hause, ihr habt genug Trinken zu Hause und ich werde in dem Video nicht alles sagen können. Ich werde in dem Video nicht alles sagen können. Ich werde auch nicht auf alles eingehen können, aber unter diesem Video ist jede Menge Platz für kreative Köpfe und ich bin auch ganz gespannt, was ihr alles zu berichten habt und wie ihr euch auf gewisse Dinge vorbereitet. Wichtig ist, dass ihr immer genügend Wasser zu Hause habt. Wasser ist essentiell. Ihr kommt Wochen ohne Essen aus, aber bei Wasser wird es schon schwierig. Und dann kommt es immer ein bisschen darauf an, wohnt ihr zum Beispiel an einem See, dann ist euch das Wasser wahrscheinlich nicht so wichtig, wie wenn ihr zum Beispiel in einer Großstadt wohnt, wo Wasser eher knapp sein kann. Wenn ihr auf dem Land wohnt, könnt ihr einen Generator hinstellen und der kann so laut sein, wie er will und ihr habt keine Nachbarn und daher ist es egal. Wenn ihr in der Stadt wohnt und ihr habt zum Beispiel einen flächendeckenden Stromausfall, dann werdet ihr mit Generator relativ schnell viele Freunde haben und diesen Generator wahrscheinlich nicht lange betreiben können. Das heißt, es kommt immer ein bisschen darauf an, wo ihr wohnt und von daher sind auch die Schwerpunkte bei jedem Menschen andere. Wer auf dem Land wohnt und selbst sein Essen produziert, der wird sich weniger Gedanken im Sommer machen müssen über Essen, aber vielleicht um Nachbarn, die er vielleicht nicht hat, die ihm vielleicht mal zur Seite stehen könnten bei gewissen Problemen. Fangen wir an. Das hier ist ganz normales Wasser, das ist jetzt keine Werbung für Gerolsteiner. Ich habe die Flasche einfach zu Hause, ich habe genügend Wasser, um für einen ganzen Monat auszukommen. Plus Freundin, plus Kind, plus vielleicht Nachbarn und das ist immer ganz wichtig. Habt ein gutes Verhältnis zu euren Nachbarn, wenn auch immer möglich. Verratet den Nachbarn nicht zu viel, was ihr alles habt, weil vielleicht werden die Nachbarn in einer Krisensituation auch ja zu euren Feinden, nicht, dass ich das euch wünsche, aber seid nicht so laut und prallt mit Dingen, die ihr habt. Das Ganze muss ja auch nicht mein Zeug sein, sondern das sind einfach Dinge, die ich euch zeigen möchte. Einfach um euch zu zeigen, wie ihr euch auf manche Dinge vorbereiten könnt. Also Wasser ist essentiell. Ihr kommt leider nicht so lange ohne dieses Gut aus. Ich habe das jetzt in Glasflaschen. Meiner Meinung nach ist das besser als in PET. Lasst euch davon aber nicht täuschen. Am Ende ist es völlig egal, ob es aus PET kommt oder aus Glas. Hauptsache ihr habt genügend Wasser. Wer etwas Geld sparen möchte, findet diesen 5 Liter Kanister Trinkwasser, zum Beispiel bei Kaufland, für 1,15 Euro. Das heißt allein schon für 4,60 Euro kriegt ihr 20 Liter Wasser, Trinkwasser. Und das Coole ist an so einem Kanister, ihr könnt es natürlich in Flaschen umfüllen, ihr könnt es in Gläser umfüllen. Und falls dieser Kanister leer ist, könnt ihr ihn nutzen, um ihn zum Beispiel voll zu machen mit Leitungswasser. Dann gibt es Silbertabletten, die könnt ihr da reintun, um das Wasser keimfrei zu machen und länger zu lagern. Ganz wichtig. Natürlich spielt Platz auch eine Rolle, wenn ihr jetzt in einer Großstadt wohnt und ihr verdient nur 1.500 Euro netto im Monat, habt vielleicht noch zwei Kinder, seid alleinerziehend, die Miete liegt schon bei 700, 800 Euro. Kann ich mir vorstellen, dass es mit zusätzlichem Platz relativ schwer ist. Aber man kann sich ja auch als Gemeinschaft zusammentun und sich zum Beispiel irgendwo einen Schrebergarten anmieten, der sich 500, 600 Euro im Jahr kostet. Und als Gemeinschaft da vielleicht einen Lagerraum bauen, um Dinge aufzubewahren, wo man vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren kann, wenn man kein Auto hat oder die Distanz nicht zu weit ist. Und ihr braucht auf jeden Fall einen Kanister, um eine Flüssigkeit von A nach B zu bringen. Ohne eine Flasche, einen Kanister oder sonst was wird das Ganze nicht möglich sein. Ihr könnt ja jetzt nicht an den Badesee gehen und sagen, okay, ich habe hier einen Badesee, nehme das Wasser raus und mache damit dann die Badewanne voll. Das funktioniert nicht. Deshalb braucht ihr ein Transportmittel und das ist ziemlich gut. Und wie gesagt, ein Euro 15 gibt es auch bei Selkos oder bei der Metro und damit kann man sich schon mal relativ gut eindecken. Wenn ihr wisst, dass vielleicht was auf euch zukommt, nehmen wir an, ihr erfahrt 24 Stunden vor einem absolut krassen Sturm, dass vielleicht bald euer Dorf überflutet sein könnte und ihr wohnt vielleicht ein bisschen hangaufwärts. Und ihr wollt euch besser vorbereiten oder ihr wisst, na gut, ihr wisst, einen Stromausfall kann man nie vorher wissen. Aber nehmen wir an, ihr habt einen Stromausfall und die Wasserleitungen sind noch mit Druck gefüllt und auch mit Wasser. Könnt ihr euch solche Faltkanister holen? Die macht ihr voll. Silbertablette rein. Das sind jetzt hier 5 Liter, die nehmen nicht so viel Platz weg. Deshalb sind sie ja so interessant und die könnt ihr dann voll machen. Ihr habt hier unten dann so einen Verschluss, den könnt ihr aufmachen, Wasser fließt und dann könnt ihr wieder zumachen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr Wasser zu Hause habt. Ihr könnt ja da auch Wasser reintun, was ihr später mal benutzt, um vielleicht euer Kind abzuwaschen oder euch selber. Es muss ja nur sowas passieren, wie der Bagger in der Nachbarschaft hat irgendwie eine Leitung gekappt und das dauert jetzt eine Woche, bis das repariert ist. Dann seid ihr froh um alles, was ihr zu Hause habt. Natürlich ist es so, wenn es jetzt nur der Bagger war und das ist jetzt nur lokal begrenzt, dann könnt ihr auch einkaufen gehen in eine Nachbarsstadt, wenn ihr mobil seid. Aber wenn das jetzt flächendeckend ist, dann werdet ihr ein Problem haben, an Wasser zu kommen, weil dieser Druck in den Leitungen nicht ewig hält. Und das Wasser muss ja auch in die Hochhäuser nach oben gepumpt werden und dafür braucht ihr wieder Strom. Also ganz wichtig, Wasser, um euch zum Beispiel auch zu waschen oder eben Trinkwasser. Im Winter ist es natürlich auch wichtig, dass ihr was Warmes zu trinken habt, zum Beispiel einen Tee. Tee, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie ihr heißes Wasser produzieren könnt, auch wenn es nur zum Beispiel über einem Teelicht ist. Und wenn ihr dann sagt, ey, ich muss mal draußen den Baum klein machen, weil wir hier drin Feuerholz brauchen, vielleicht so ein Behälter, um eben warme Flüssigkeiten mit nach draußen zu nehmen. Kann ich euch nur empfehlen. Link natürlich in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich hier noch einige andere Sachen auf dem Tisch. Ihr habt es ja mitbekommen, 2020, die Nudelregale waren schneller leer, als ihr schauen konntet. Und selbst jetzt 2022, die Regale sind einfach nicht mehr so voll wie noch 2018 zum Beispiel. Selbst wenn ihr durch so ein DM geht, da fehlen einfach manche Artikel. Und wir sind ja wirklich in einem Land, wo es nie so eine Art Mangel gegeben hat, außer zu Kriegszeiten. Und jetzt lauft ihr durch den Supermarkt und denkst so, hä, das hatten die doch letzte Woche noch. Aber warum ist das nicht mehr da? Ja, manche Firmen können ja eben auch gerade nicht mehr produzieren. Und selbst wenn sie produzieren können, es aber die Verpackungen nicht mehr gibt, weil die auf irgendeinem großen Containerschiff festhängen, haben sie ein Problem, das in den Markt zu bringen. Also von daher müssen wir uns überlegen, was wir zu Hause gut lagern können, was wir brauchen. Ich habe gerade angefangen mit Flüssigkeiten. Jetzt sind wir halt beim Essen. Die Liste lässt sich um Millionen von Artikeln erweitern. Mir ist es nur wichtig, dass ihr ein paar Basics zu Hause habt. Nudeln. Ja, das sind jetzt hier, was sind das? Penne aus rein biologischem Hartweizenkorn. Wie könnt ihr Nudeln machen? Und zwar warm, falls es zum Beispiel zu einem Stromausfall kommt oder ihr zu Hause kein Gas mehr habt. Das erzähle ich euch gleich. Genauso wichtig zum Beispiel Reis. Reis nimmt nicht viel Platz weg, macht aber ultra satt. Und mit so 1000 Gramm Reis könnt ihr locker zwei Tage auskommen. Selbst wenn ihr noch zwei Kinder zu Hause habt. Selbst wenn ihr jetzt euch nicht die geile Soße dazu machen könnt mit frischem Obst oder Gemüse oder was weiß ich. Könnt ihr schön Sojasauce drauf machen. Das schmeckt auch sehr gut und macht vor allem satt. Oder mit Kartoffeln dazu. Dann für Krisenzeiten gibt es so Schokoladenriegel oder auch andere Riegel, die enorm viele Kalorien haben. Notfallriegel oder sowas könnt ihr mal eingeben im Internet. Da gibt es auch Bundeswehrriegel, Schokolade und was weiß ich. Link in der Videobeschreibung. Gibt es übrigens von ganz vielen Herstellern und die haben enorm viel Kalorien, dass ihr über den ganzen Tag quasi versorgt seid und ihr nicht so Mangelerscheinungen bekommt. Ihr wisst es ja selber, ihr könnt mal 12 Stunden nichts essen, mal 16 Stunden nichts essen. Aber irgendwann, wenn ihr wieder in Richtung Denken kommt und ihr wollt euch konzentrieren, dann braucht ihr irgendwann was im Magen. Was sich natürlich sehr lange hält, sind Konserven. Das hier sind jetzt Linsen. Die kann ich einfach aus der Dose rausholen. Kann mir zum Beispiel einen Salat machen. Haben enorm viel Eiweiß. Magnesium sind sehr gut und lassen sich ultra lange lagern. Dann gibt es hier noch zum Beispiel einen Kichererbseneintopf mit Kokosmilch. Vegan gibt es zum Beispiel bei dm. Kostet 1,50 Euro. Jetzt kostet es noch 1,50 Euro. Vielleicht kostet diese Dose in einem Jahr vielleicht schon 3,50 Euro. Und wenn es nur durch die Inflation gekommen ist oder weil wir vielleicht keine Dosen mehr haben oder die Fabrik sagt, wir können die nicht mehr labeln oder uns ist das Gas ausgegangen, deshalb können wir die nicht mehr vorkochen. Und dann seid ihr froh, dass ihr vorher mal für 100 Euro euch Konserven gekauft habt. Dann gibt es etwas, das nennt sich Dosenbrot. Da steht zwar ein Ablaufdatum drauf, allerdings wenn ihr diese Dose nicht aufmacht, hält das Brot eigentlich Ewigkeiten. Ich sage jetzt nicht, dass ihr das in 100 Jahren noch essen könnt, aber ich denke mal in 5 Jahren könnt ihr dieses Brot immer noch essen. Es hält sich sehr lange und so sieht das Ganze aus. Das sind jetzt 500 Gramm und das ist immer was Gutes. Ja, zu Hause zu sein, Brot zu haben, vielleicht einen schönen Aufstrich drauf zu machen, vielleicht eine Gurke, lecker Tomate, Paprika. Davon könnt ihr auf jeden Fall satt werden und es hält lange. Haferflocken. Danke für eure ganzen Beiträge unter meinem letzten Video. Haferflocken machen enorm satt. Vitamin B6 ist glaube ich drin. Und wenn ihr so eine Packung Haferflocken habt, das sind jetzt hier 500 Gramm, habt auch relativ viel Eiweiß und enorm viele Kohlenhydrate. Ich meine, damit kommt ihr wahrscheinlich von Montag bis Freitag aus, wenn ihr euch jeden Morgen eine Schüssel Haferflocken macht. Die macht ihr enorm satt. Und das ist das Gute an Haferflocken. Allerdings haben mir viele Leute gesagt, da kommen gerne Motten rein. Die Packung ist jetzt zu, die ist verschweißt, aber irgendwie schaffen es die Motten trotzdem und wenn es vor der Produktion stattgefunden hat, dass sie sich da irgendwie eingenistet haben. Wer eine Idee hat für ein Behältnis, könnt ihr gerne unter dieses Video schreiben. Also Haferflocken, sehr wichtig, wenn ihr davon eine Packung zu Hause habt und tut die vielleicht in eine große Box und tut da, was weiß ich, für drei, vier Monate Haferflocken rein und braucht die immer mal wieder auf. Also nach drei Monaten sagt ihr, ach, die Verpackung brauche ich jetzt mal auf, dafür kaufe ich eine neue. Hält auf jeden Fall satt und ist gesund. Und jetzt stellt sich die Frage, mit was esse ich diese Haferflocken? Mit Wasser schmecken die nicht ganz so gut, aber man könnte sich zum Beispiel Honig drauf machen und ich weiß jetzt, ich kenne jetzt keinen Honig, der unbedingt schlecht wird. Selbst nach fünf Jahren könnt ihr dieses Honigglas noch aufmachen und irgendwie schmeckt der Honig immer noch, weil es ja nur Zucker ist. Aber mit Milch schmeckt das Ganze besser. Milch darf das ja nicht mehr genannt werden, deshalb steht da Trink drauf. Es gibt ja Hafertrink, es gibt Sojatrink. Das hier ist jetzt ein Kokostrink, ungesüßt, habe ich bei Tegut gekauft. Da steht zwar Alnatura drauf, aber bekommt ihr auch im Tegut. Und das Gute ist an den alternativen Milchgetränken oder Pseudomilchgetränken ist, dass ihr die aufmachen könnt und die können auch noch bei Zimmertemperatur sich mehrere Tage halten. Also ihr solltet die jetzt nicht unbedingt in die Sonne stellen, aber wenn ihr zum Beispiel so eine Sojamilch oder eine Hafermilch aufgemacht habt, muss die jetzt nicht unbedingt gekühlt werden und hält auch noch zwei, drei Tage. Und in Kombination mit den Haferflocken vielleicht ganz interessant. Gibt es ganz viele verschiedene. Selbst von Alnatura kostet die Sojamilch, ich glaube ein Euro bei Tegut oder selbst bei Alnatura. Dieser Kokostrink hier kostet zwei Euro. Es gibt noch Haferdrink, dann gibt es das Ganze noch mit Vanillegeschmack, Schokogeschmack. Schaut einfach mal in euren Regalen. Tee, immer ganz gut für den Winter. Wenn ihr euch schlecht fühlt, ihr müsst euch mal auf die Couch legen oder ins Bett. Ihr habt eine Erkältung, habt immer Tee zu Hause. Wie ihr den warm bekommt, zeige ich euch gleich. Öl, ihr habt es gesehen, geht in die Supermärkte. Irgendwo ist immer noch Öl ausverkauft. Für Deutschland 2022 ein relativ schlechtes Zeichen, wenn man sich im europäischen Ausland umschaut. Da sind die Regale nicht unbedingt voll, aber auch nicht so leer wie teilweise in Deutschland. Ja, also Öl kann ich immer empfehlen. Für was auch immer. Ihr könnt damit zu Hause braten. Ihr könnt Dinge einlegen. Das hier ist jetzt ganz normales Bratöl, weil es ultrahoch erhitzt werden kann. An Olivenöl soll man ja nicht ultrahoch erhitzen. Aber bei Bratöl ist das kein Problem. Und ihr müsst natürlich auch an eure Tiere denken. Wir haben zum Beispiel eine Katze zu Hause. Die hat gerade zwei Babys und die braucht Essen. Und wir haben Essen für diese Katze mal mindestens für einen ganzen Monat oder zwei Monate zu Hause. Und ich sage euch eins, wenn diese Katze nichts mehr zu essen hat, wird sie draußen Essen finden. Aber es kann ja auch sein, dass ihr im zehnten Stock wohnt und eure Katze nicht rauslasst oder nur mit dem Hund Gassi geht. Dann müsst ihr euch überlegen, wo kriegt ihr Essen für eure Katzen her. Und das Ganze mache ich jetzt an einem konkreten Beispiel. Aus, guckt euch mal an, die ganze Geschichte in Fernost, was da abgeht. Ja, da sind ja ganze Städte quasi abgeriegelt. Und da gibt es ja wirklich Videos, wie Leute aus ihren Hochhäusern die Tiere abseilen, damit die irgendwo mal draußen Pipi machen können. Und dann kommen ein paar Leute an, nehmen diese Tiere und töten die. Ja, wo du denkst, Alter, was ist denn mit der Gesellschaft los, ja? Und unter der Prämisse, dass man sagt, ja, diese Tiere könnten potenziell jemanden in der Wohnung anstecken. Einfach nur noch irre. Aber ich sage nicht, dass das in Deutschland passiert. Nur ich sage euch, habt lieber was für die Katzen und die Hunde und eure anderen Haustiere zu Hause. Und eine Sache hatte ich beim letzten Mal vergessen, das waren Medikamente. Ja, wenn ihr jetzt Patient XY seid und ihr habt eine Beschwerde oder ihr müsst regelmäßig Tabletten einnehmen, dann ist es wichtig, dass ihr sowas zum Beispiel zu Hause auf Vorrat habt. Denn die größten Arzneimittelhersteller weltweit sind, glaube ich, Indien und China. Und wenn da gewisse Städte einen Lockdown verhängen oder auch verhangen haben oder ganze Containerschiffe für mehrere Wochen im Hafen feststecken und hier nicht mehr ankommen und wir diese Seidenstraße noch nicht fertig haben, die irgendwann am größten Binnenhafen der Welt enden soll, nämlich in Duisburg, womit dann Güter quasi innerhalb von zwölf Tagen über die Schiene nach Deutschland oder Europa gefahren werden können, dann solltet ihr euch überlegen, was ihr alles zu Hause braucht. Und denkt dran, auch Medikamente haben ein Verfallsdatum. Ihr wisst, was ihr für Beschwerden habt. Ihr wisst auch, was ihr braucht. Das weiß ich natürlich nicht. Denkt nur dran, dass ihr sowas zu Hause habt. Ein sehr geschätzter YouTuber, dessen Videos ich mir sehr gerne anschaue, ist dieser hier. Das ist Marc Friedrich. Ein Buch geschrieben, der größte Crash aller Zeiten oder auch die größte Chance aller Zeiten. In diesem Buch kriegt ihr viel Wissen mit und es ist in der heutigen Zeit ziemlich wichtig, sich auf viele Dinge vorzubereiten. Kann ja auch sein, dass ihr auf alles vorbereitet seid, wenn es um Lebensmittel geht, aber ihr seid Investor und ihr wisst vielleicht nicht oder ahnt nicht, was vielleicht auf euch zukommen kann, wenn gewisse Leute nicht mehr ihre Kredite bedienen können von ihrem Haus oder von den Wohnungen oder wohin geht es mit dem Goldpreis, wohin geht es mit dem Bitcoinpreis, wohin geht es mit anderen Edelmetallen, was ist eigentlich mit unserer Währung los, wie entsteht Geld. Es geht darum, dass ihr euch unabhängig macht. Und es war noch nie so wichtig, unabhängig zu sein, wie in der heutigen Zeit. Unabhängig von fremder Energie, unabhängig von Währungen, unabhängig von Konflikten. Und eine Sache kann man euch nicht nehmen und das ist Wissen. Wissen ist etwas, was ihr euch aneignen könnt und das kann euch keiner nehmen. Keiner weiß, wie viel ihr wisst. Ihr könnt natürlich damit prallen, was ihr alles wisst. Und der eine mag euch für schlau halten, der andere mag euch für einen Idioten halten. Aber man kann euch Wissen nicht nehmen. Und je besser ihr auf gewisse Eventualitäten vorbereitet seid, desto entspannter geht ihr durchs Leben. Und daher ist Wissen sehr wichtig. Das ist eins von vielen Büchern, die ich lese bzw. gelesen habe. Und es kann nie verkehrt sein, viel zu wissen. Ihr seht Leute, ich habe gerade was anderes an. Meine Frisur ist anders, weil mir noch eingefallen ist, während ich das Video geschnitten habe, dass ich eine ganz wichtige Sache vergessen habe. Und zwar ist das der Notfallrucksack. Viele von euch mögen sich fragen, was ist ein Notfallrucksack? Den könnt ihr zu Hause haben. Würde im Grunde nicht schaden, wenn ihr ihn habt. Wenn ihr sagt, ne, haltet ihr für völlig unnötig, dann ist das auch in Ordnung. Und zwar ein Notfallrucksack. Das könnte zum Beispiel hier so einer sein. Da passen glaube ich, boah in den passen glaube ich 60 Liter rein. Kleiner Tipp, die sind ziemlich gut. Die sind von der Bundeswehr. Die findet ihr auf Ebay Kleinanzeigen. Absolut zum Schnapppreis, würde ich mal so sagen. Und zwar, was kann man da reintun? Die wichtigsten Dinge, wie zum Beispiel den Reisepass, Bargeld, eine Flasche Wasser, ein bisschen Lebensmittel, Ersatzunterhose, eine Regenjacke, eine Powerbank zum Beispiel mit einem Ladekabel oder was eben euch wichtig ist. Und warum sollte man so einen Notfallrucksack haben? Es kann ja sein, dass ihr mitten in der Nacht geweckt werdet und das heißt, Achtung, die Nachbarsbude ist zum Beispiel am Brennen oder eine Flutkatastrophe droht, wie auch immer. Da müsst ihr natürlich schnell los und das kann eine Sache von Minuten sein, die über Leben und Tod entscheiden. Ihr könnt auch noch eine Stunde Zeit haben, wie auch immer. Aber Dinge, die ihr dann nicht mehr zusammensuchen müsst und die alle an einem zentralen Ort habt, wie zum Beispiel so einen Notfallrucksack, können euch am Ende vielleicht das Leben retten. Denkt gerne darüber nach und ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu unter diesem Video hinterlassen. Dann geht es noch so ein bisschen um die Verpflegung. So was sollte eigentlich jeder zu Hause haben. Zahnbürsten. Denkt dran, wenn ihr zwei, drei Kinder habt, dass ihr die auf Vorrat habt, weil ihr wisst ja nie, was hier alles passieren kann. Das wussten die Leute beim Mauerbau auch nicht. Und zehn Jahre später war es absolute Mangelwirtschaft. Da haben die Leute angestanden und wussten nicht, für was sie anstehen. Und guckt euch an, 2020, 2021, 2022, die Leute stehen immer noch an Schlangen vor gewissen Kaufhäusern. Vielleicht wird es ja im Herbst wieder so sein, vielleicht auch nicht. Vielleicht liegen einige von uns ja falsch. Aber egal, ihr seid vorbereitet, egal was passiert. Oder ihr nehmt diese Sachen und nutzt sie zum Tauschen. Es kann ja wirklich mal sein, dass bei euch in der Nachbarschaft oder in der Umgebung ein schweres Unwetter gewütet hat und ihr wollt jetzt dem Nachbar helfen mit Klopapier oder einer Packung Zahnpasta oder Zahnbürste. Ihr habt jemanden bei euch im Haus, der vielleicht gar nicht mehr einkaufen gehen kann. Die alte Oma aus der Nachbarschaft oder der Opa, die haben kein Auto mehr, sind nicht mehr mobil, sind auf nichts vorbereitet, gucken abends die Tagesschau und wissen auch nur das, was da lief. Und seid einfach menschlich, gebt vielleicht was ab, wenn ihr was extra habt, was ihr abgeben könnt. Körperpflege ist sehr wichtig, Seife da zu haben oder auch mal vielleicht Desinfektionstücher, weil ihr sagt, hier, ich lasse jetzt mal die Nachbarn bei mir auf Klo gehen. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Wenn es sowas gibt wie einen Stromausfall, wie geht man dann eigentlich auf Klo? Weil Klospülung noch einmal, dann läuft vielleicht kein Wasser mehr nach. Wie kann man dann auf Klo gehen? Da kam mir mal folgende Idee, ist zwar ein bisschen awkward, aber ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Und zwar geht ihr in den Supermarkt und kauft euch Müllbeutel. Das hier ist jetzt 25 Liter, ich weiß nicht, ob das reicht, wahrscheinlich eher so 35 Liter. Da könnt ihr euer Klo aufmachen, hängt die Tüte rein, könnt euer Geschäft machen. Klopapier habt ihr ja wahrscheinlich seit 2020 genug zu Hause und könnt diese Tüte wieder verschließen. Ohne Wasser. Und deshalb sage ich vielleicht feuchte Tücher mal zu Hause haben oder Desinfektionstücher, weil früher oder später wird es natürlich unhygienisch. Ist natürlich auch nicht so die feine englische Art, so aufs Klo zu gehen. Aber stellt euch mal vor, ihr wohnt in einem zehnten Stock von einem Mehrfamilienhaus und ihr habt mal zehn Tage einen Stromausfall. Warum auch immer, kann ja wirklich der Bagger in der Nachbarschaft gewesen sein, der aus Versehen irgendeine Leitung gekappt hat. Und ihr hängt dann da und wisst nicht, wo ihr auf Klo gehen könnt. Und ihr seid vielleicht nicht mobil oder der Strom ist erst in der nächsten Stadt wieder da. Wo wollt ihr auf Klo gehen? Das ist jetzt mal eine Idee, die ich habe, wie man es machen könnte. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr gerne euer Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Wie bekommt ihr Nahrung oder Wasser warm? Also, wenn ihr einen Schrebergarten habt und ihr wohnt auf dem Land, dann nehme ich mal an, ist das sowieso kein großes Thema bei euch. Weil ihr könnt euren Schwenkgrill nehmen, ihr könnt eine Feuerstelle machen. Ihr habt vielleicht eine Feuertonne zu Hause, die baue ich übrigens. Wenn mir jemand eine Feuertonne braucht, schreibt mir einfach gern. Wie auch immer, da werdet ihr keine großen Probleme haben. Ihr könnt ja auch einfach bei euch im Garten Feuer machen. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, wenn ihr in einer Großstadt wohnt, wie zum Beispiel Frankfurt, München, Hamburg oder Berlin. Und dann wohnt ihr noch im fünften Stock und plötzlich macht ihr ein Feuer auf dem Balkon. Und wenn ihr einen Stromausfall habt und da geht irgendwas schief und euch fackelt die Bude ab. Welchen Notruf wollt ihr wählen? Weil das Handynetz funktioniert ja nicht mehr. Weil bei einem flächendeckenden Stromausfall habt ihr ein Problem. Die Handymasten fallen innerhalb der nächsten 22 bis 23 Minuten aus. Das heißt, ihr könnt keinen Notarzt rufen, ihr könnt keine Feuerwehr mehr anrufen. Dann sagt ihr, ja, mein Handy funktioniert doch noch. Das Problem ist, ja, euer Handy funktioniert noch, weil ihr da Akku habt. Aber den Mast, den könnt ihr nicht mehr ansteuern. Das ist das Problem. Und dadurch funktioniert auch nicht der Notruf. Und deshalb kann ich euch davon abraten. Allerdings gibt es so kleine Versionen. Also wer zum Beispiel zu Hause einen Balkon hat oder eine Terrasse. Das hier ist so ein Mini-Campingkocher. Den könnt ihr, oder so eine Mini-Feuerstelle, die läuft ohne Gaskartuschen. Gaskartuschen sind natürlich noch besser, wenn ihr sowas zu Hause habt. Verlinke ich euch auch. Allerdings hier könnt ihr ein paar kleine Stöckchen reintun. Tut dann quasi das Gitter oben drauf und könnt darauf kochen. Und selbst wenn ihr sagt, ey, im fünften Stock mache ich jetzt kein Feuer auf dem Balkon, was ich euch auch nicht empfehlen kann, könnt ihr rausgehen. Ihr werdet ja irgendwo mal ein Stück Grünfläche haben, wo ihr sagt, ey, ist jetzt egal, es ist dunkel, ich habe Hunger. Da mache ich mir jetzt eine, was weiß ich, hier so eine Konserve drauf, weil ich halte es nicht mehr aus. Ja, als kleines Beispiel. Das könnt ihr damit machen. Habe ich mir bestellt, habe ich übrigens so noch nicht benutzt, weil ich es noch nicht brauchte. Aber wenn ich es brauche, habe ich es zu Hause. Und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, und wie soll ich dann kleine Stöckchen anzünden? Feuerzeuge kann ich immer empfehlen. Feuerzeuge ist auch etwas, was ihr als Tauschmittel nutzen könnt. Ja, Alkohol, Kippen und Feuerzeuge, Streichhölzer gehen immer. Wir haben angefangen mit einer kleinen Vorgeschichte. Ich habe euch gezeigt, was ihr zu Hause braucht. Flüssigkeit. Dann haben wir Essen durchgenommen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen dazu, was man auch zu Hause haben sollte. Streichhölzer, auf jeden Fall Streichhölzer. Könnt ihr euren Nachbarn eine Packung geben, die vielleicht sagen, ey, wir haben kein Feuerzeug mehr zu Hause. Das ist mir letztens auch passiert, wir haben kein Feuerzeug mehr. Also mir ist es nie aufgefallen, weil wir irgendwie immer Freunde da haben, die sich Kippen anmachen oder sonst was. Aber ich bin ja Nichtraucher, meine Freundin ist Nichtraucherin. Und keine Ahnung, keine Feuerzeuge zu Hause. Habe ich jetzt bestellt, kam auch an. Streichhölzer kann man immer zu Hause haben. Und man kann es sich in der Wohnung auch ein bisschen wärmer machen, falls vielleicht kein Gas mehr ankommt, was ich natürlich nicht hoffe. Vielleicht wird die Suppe ja auch gerade heißer gekocht, als sie am Ende gegessen wird. Aber selbst wenn alles gut geht und viele Leute da draußen falsch liegen mit ihren Ängsten und ihren Vermutungen oder wie es auch laufen könnte, Kerzen können nie schaden. Im Winter ist es immer schön, wenn ihr zu Hause euch ein Teelicht anmacht. Da gibt es ja sogar so kleine Teelichthalter. Da könnt ihr zum Beispiel eure Teekanne draufstellen oder könnt vielleicht eine Suppe warm halten. Und das schöne Licht abends ist auch eine kleine Freude fürs Herz. Selbst wenn ihr sagt, ey, es ist nichts passiert und alle lagen falsch da draußen und ich bin abends in der Badewanne, trinkt meinen schönen Wein dazu. Kerzen können nie schaden. Und wenn es auch für irgendein romantisches Date ist. Ich habe euch vorhin gesagt, Alkohol kippen gehen immer. Das meine ich auch wirklich ernst. Wenn ihr bei Rewe seid oder an irgendeinem anderen Supermarkt, dann steht ihr an den Kassen und da sind ja immer diese kleinen Alkoholfläschchen. So Wodka, Gorbatschow oder was weiß ich, Jelzin für 2 Euro oder 3 Euro. Ich weiß nicht, was sowas kostet. Ich schätze mal so 2 Euro pro Fläschchen. Die könnt ihr auch günstiger bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen Wodka ich zu Hause habe. Obwohl ich keinen einzigen Wodka trinke, habe ich zu Hause, glaube ich, 100 Flaschen Wodka. Warum? Ideales Tauschmittel. Ja, stellt euch mal vor, der Fall der Fälle trifft ein und ihr habt, keine Ahnung, ihr habt Bock auf ein Brot, habt aber kein Mehl, könnt nicht backen und euer Nachbar ist zufällig Italiener. Der Inhaber einer Pizzerie hat vielleicht einen geilen Holzofen in seinem Garten und sagt, ey, kein Problem, was kannst du mir geben? Meine Frau macht dir, was weiß ich, ein leckeres Pizzabrot oder sowas, dann hast du was Schönes, Warmes für heute Abend mit ein bisschen Knoblauch drauf oder Rosmarin. Dann sagst du ja, trinkst doch gerne Woddy, dann reich mal eine Flasche rüber. So eine Packung mit 20 Flaschen kostet um die 15 Euro. Link in der Videobeschreibung. Also Tauschmittel nicht vergessen, gibt es zum Beispiel noch andere Sachen, die immer gut laufen, zum Beispiel Feuerzeug, Benzin, hier für ein Sippo-Feuerzeug oder auch Batterien. Und damit kommen wir zum nächsten Part, nämlich Energie. Ihr wisst, wir befinden uns im Jahr 2022 und eigentlich funktioniert gar nichts mehr ohne Strom. Was soll heute noch ohne Strom funktionieren? Wir können kein Geld abheben, wir können nicht mit unserem Handy bezahlen, die Kassensysteme funktionieren nicht ohne Strom. Wir können nicht die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen, außer vielleicht ein Bus, aber der muss irgendwann mal tanken. Und wer da dann versucht zu tanken, merkt er, oh, die Zapfsäule funktioniert nicht. Wir können keinen Notruf wählen, wir können keinen SMS schreiben, wir können keine Filme streamen. Wir können kein Geld abheben, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Wir können keine elektronischen Geräte betreiben, wie zum Beispiel unser Notebook. Wir können keinen Fernseher schauen, das wäre übrigens mein geringstes Problem. Wir können allerdings noch Radio hören. Und zwar, wenn ihr ein Radio habt mit Batterien. Ich glaube, die Stationen senden bis zu maximal zwei Wochen und über Radio könnt ihr hören, wo es zum Beispiel Lebensmittel gibt oder eine Notunterkunft oder Hilfe, die jemand zum Beispiel braucht. Für was auch immer, vielleicht liegen ja viele Leute da draußen falsch, vielleicht liege ich auch falsch, aber wenn ich richtig liege, dann bin ich auf viele Dinge vorbereitet, auf die viele Leute nicht da draußen vorbereitet sind. Also sowas kann nie zu Hause schaden, wenn man ein Radio hat. Dann gibt es sowas hier, das ist eine Kurbellampe. Die funktioniert einmal so, die könnt ihr auch fürs Zelt zum Beispiel nutzen, wenn ihr viel am Wandern seid oder ihr seid am Zelten mit euren Kindern. Dann sowas ins Zelt hängen und daran kurbelt ihr. Und ladet dann darüber den Akku auf. Und je mehr ihr gekurbelt habt, desto mehr könnt ihr den Akku aufladen. Und dann habt ihr hier noch an der Seite einmal USB. Und über diesen USB-Ausgang könnt ihr dann auch andere Geräte aufladen. Ihr werdet damit kein iPad aufladen können, allerdings ist es ja auch nur für den Notfall. Und wer keinen Bock hat zu kurbeln, kann diese Lampe auch aufladen über Micro-USB. Okay, stellt sich die Frage, wie ist es möglich, so eine rote Warnlampe, wie ist es möglich, diese Lampe dann aufzuladen, wenn man keinen Strom hat. Also erstmal, Batterien sollte jeder zu Hause haben, auch wenn es nur für die Fernbedienung ist. Ich kaufe mir die immer in so riesengroßen Packs ein. Da sind sie günstiger. Packe ich euch alles in die Videobeschreibung. Man kann nie genug Batterien zu Hause haben. Ich habe viele externe Mikrofone, die alle mit Batterien oder Akkus laufen. Dann gibt es Fernbedienungen, dann gibt es eine Tastatur, die Akkus braucht oder Batterien oder Taschenlampen immer zu Hause haben. Jetzt aber zur spannenden Frage, wie kann man dann die Lampe aufladen? Ich habe hier jede Menge Powerbanks mit unterschiedlich viel Leistung. Und zwar habe ich zum Beispiel so eine Solar-Powerbank. Jetzt denkt ihr, ah, cool, 20.000 mAh oder so. Die lade ich mal schnell in der Sonne auf. Ich sage euch, diese Powerbank liegt, wenn die Sonne scheint, mehr als eine Woche draußen in der Sonne, damit die überhaupt komplett aufgeladen ist. Das heißt, es ist ein ultra schwieriger Weg, dieses Ding aufzuladen. Aber die Besonderheit ist, wir haben auf der Rückseite noch eine LED. Das bedeutet, wenn ihr in einer Großstadt lebt und ihr habt mal so ein Szenario wie einen Stromausfall oder vielleicht einen flächendeckenden. Da gibt es auch ein Wort, das fängt mit B an. Ich weiß gar nicht, inwiefern dieses Wort hier vielleicht auf YouTube irgendwann geahndet werden kann. Deshalb sage ich es nicht. Aber mit LED und glaubt mir, diese LED läuft Ewigkeiten. Ich glaube, bei so einer Lichtstärke und 20.000 mAh könnt ihr wahrscheinlich, keine Ahnung, 8 bis 10 Stunden mit dieser Taschenlampe auskommen. Und wenn ihr abends sagt, boah, ich muss mal ein Buch lesen, mich entspannen, ich muss für die Kinder was zu essen machen, kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr das Licht sogar dimmen, dann gibt es eine SOS-Funktion und so einen Strobe-Modus, falls ihr irgendjemanden warnen möchtet oder jemanden ein Signal geben möchtet. So eine Powerbank gibt es natürlich auch. Ich gucke alle paar Wochen oder Monate mal nach, ob diese Powerbank sich entladen hat, weil ich glaube, wenn die ein Jahr liegt, dann ist es auf jeden Fall ein paar tausend Milliampere weniger. Die hat ja jetzt hier 20.000, einmal USB-C und zweimal USB-A. Dann gibt es noch Powerbanks, die ich mir zugelegt habe, einfach nur als Tauschmittel. Ihr werdet mich vielleicht auslachen, aber warum nicht? Hier ist eine kleine Powerbank, ich glaube, es hat die 10.000 mAh. Die habe ich mir nur gekauft, für den Fall, dass vielleicht die Nachbarn brauchen mal Strom oder vielleicht haben die ja nur einen Stromausfall. Warum auch immer, vielleicht gab es einen Kurzschluss in der Wohnung, der Sicherungskasten ist, keine Ahnung, kaputt gegangen. Und vielleicht brauchen die ja Strom, da kann ich natürlich auch helfen und kosten aktuell sau wenig, weil keine Sau daran denkt. Der Markt ist so übersättigt mit Powerbanks und mit Energie und die Leute denken, das Ganze sei für die Ewigkeit. Aber ihr braucht ja nur so ein Szenario wie ein Bagger oder mal wie so ein Unwetter und plötzlich fällt in der ganzen Nachbarschaft der Strom über Wochen, Monate oder Jahre aus. Ahrtal zum Beispiel oder Hurrikan-Saison in den USA und die Leute stehen dann da ohne gar nichts und sind dann froh, dass sie mal wenigstens ihr Handy aufladen können. Und dann fragt ihr euch, wofür brauche ich ein Handy, wenn ich kein Handy-Mast habe, der ein Signal andimmt? Ja, weil das Handy vielleicht eine Taschenlampe hat oder einen Taschenrechner oder ihr habt euch Notizen gemacht oder es gibt vielleicht ein sehr schwaches Handynetz, weil der Handy-Mast auf dem Berg zum Beispiel noch ein Signal sendet. Könnt ihr damit aufladen und ich habe Powerbanks zu Hause einfach für den Fall das und die sind immer aufgeladen und wenn jemand meine Hilfe braucht, habe ich hier Strom. Das ist eine Powerbank, die ich nutze für unterwegs, um zum Beispiel meine Kameras aufzuladen, denn diese Powerbank hat Power Delivery, 10.000 mAh mit einer meiner Lieblings-Powerbanks. Da gibt es auch irgendwie jede paar Wochen einen Rabattcode drauf und die kostet dann irgendwie 14 Euro mit Power Delivery. Damit kann ich irgendwie drei, viermal meine Canon EOS R5 aufladen. Ziemlich geiles Teil. Nächster Faktor, Taschenlampe. Jeder sollte zu Hause eine Taschenlampe haben oder auch im Auto, weil wie oft kommt es vor, dass ihr abends unterwegs seid, dann habt ihr im Auto irgendwas verloren und wenn es nur eine 2-Euro-Münze ist oder der Schlüssel ist euch runtergefallen oder die EC-Karte und ihr findet sie nicht oder es gab einen Stromausfall und ihr müsst durch eure Wohnung laufen oder durch den Garten. Ihr habt einen Generator, zu dem ich übrigens auch gleich noch komme und es stürmt draußen. Wie auch immer, Taschenlampe kann nie schaden. Das hier ist eine besondere Taschenlampe, weil hier ist ein ziemlich großer Akku drin. Den kann ich natürlich auch rausnehmen. Das zeige ich euch. Das ist kein AA-Akku, sondern das ist irgendein anderer. Und ich kann diese Taschenlampe aufladen über Mikro-USB. Das heißt, wenn ich so eine Powerbank habe, die aufgeladen ist, kann ich über Kabel diese Taschenlampe aufladen. Und die hat richtig Power. Die habe ich mittlerweile, glaube ich, seit 5 oder 6 Jahren. Und für die Frauen da draußen, ich habe jetzt irgendwie letztens gesehen auf Instagram, da gibt es irgendwie eine neue Webseite, wo sich abends Frauen anmelden können und sagen können, ja, ich laufe jetzt aus dem Club nach Hause und ich habe Angst, weil es dunkel ist. Und dann kann man die Sprache auswählen, kann mit irgendjemandem telefonieren. Hey, ja, wie geht's? Was machst du gerade? Ja, ich laufe nach Hause. Warum hast du denn Angst? Und keiner stellt sich die Frage, warum eine Frau in einem Land wie Deutschland abends Angst haben muss, allein nach Hause zu laufen. Dass es da draußen Freaks gibt, das ist mir auch klar. Und die gab es schon immer. Aber im Jahr 2022, als Frau auf der Straße, nachts in der Großstadt, sollte man eigentlich keine Angst haben, nach Hause zu laufen. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema und viele von euch wissen, woran das liegt. Ich spreche es jetzt hier nicht an, aber ihr könnt euch ja selber Gedanken machen. Also Taschenlampe auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu ein paar richtig geilen Sachen, nämlich Energieversorgung. Energie ist mir ein ganz besonderes Thema, weil ich glaube, ohne Strom nicht ganz so gut auskommen würde oder so ein bisschen Lebensfreude verlieren würde, wenn ich keinen Strom mehr habe, weil ich elektronische Geräte einfach liebe. Jeder von uns hat seinen eigenen, sag ich mal Fetisch, nee, Fetisch ist das falsche Wort. Jeder mag irgendwas in seinem Leben, was der andere vielleicht nicht mag. Der eine sagt, ich komme wunderbar ohne Bücher aus, weil ich nur zu Hause bin und Bücher lese oder mich gerne in den Wald setze und Bücher lese. Und ich liebe einfach Kameras, ich liebe Technik, ich liebe mein Notebook. Und das sind alles Dinge, die Energie brauchen. Und so sind wir Menschen halt alle unterschiedlich. Jeder legt seinen Schwerpunkt auf irgendwas anderes. Und bei mir ist es wichtig, dass ich etwas unabhängiger bin von der Stromversorgung. Klar, habe ich zu Hause meinen Strom angemeldet, ich habe eine Steckdose, wo mein Notebook mit versorgt wird oder auch meine Smartphones. Aber was macht man im Falle zum Beispiel von einem Stromausfall? Da ist es sehr wichtig und da müssen wir ein bisschen differenzieren. Ich zeige euch mal Folgendes. Das hier ist ein Generator von Hyundai. Hyundai, diesen Generator nutze ich manchmal, wenn ich Outdoor-Aufträge habe, um zum Beispiel meine elektronischen Geräte aufzuladen oder Videolichter zu betreiben. Der ist relativ laut, das steht auch irgendwo dran, maximal 90 Dezibel. Der läuft mit Benzin, ganz normales Super, 95, Fassungsvermögen 3,7 Liter. Der braucht natürlich Öl, bedeutet, wenn ihr euch so einen Generator zulegt, müsst ihr genügend Treibstoff zu Hause haben und auch Öl, dass euch der Motor nicht kaputt geht. Aber ihr wisst ja auch, dass ihr jetzt nicht unendlich viel Benzin zu Hause lagern dürft, aufgrund einiger gesetzlicher Bestimmungen. Und ich würde euch auch nicht vorraten, dass wenn ihr in einer Großstadt wohnt mit ganz vielen Nachbarn, dass ihr so einen Generator auf eurem Balkon habt, weil der Generator laut ist. Und wenn Leute sehen, dass ihr Strom habt und alle anderen nicht, dann werdet ihr sehr schnell Freunde finden und vielleicht auch Freunde, die ihr gar nicht haben wollt. Und jeder weiß einfach, woher der Strom kommt. Es ist gefährlich, das Teil in der Wohnung zu betreiben, wegen Kohlenmonoxid. Also auf keinen Fall, nur im Freien, ganz, ganz wichtig. Und mit 3,7 Litern, je nachdem, was angeschlossen ist, hier könnt ihr übrigens auch einen Fernseher anschließen oder einen Kühlschrank. Wenn ihr zum Beispiel campen seid, muss ja auch gar nichts Schlimmes sein. Vielleicht sagt ihr auch, ey, ich gehe nächstes Jahr campen und ich suche noch einen Generator oder irgendeine Stromquelle für meinen geilen Camping, für mein geiles Campingmobil oder ich mache eine Weltreise mit meinem Wohnwagen, auf jeden Fall so einen Generator haben. Ist halt relativ laut, aber ihr habt halt viel Energie auf einmal, läuft bis zu 5 bis 7 Stunden, kommt halt darauf an, was ihr dranhängt. Ich sage jetzt mal, Smartphone ist egal, aber wenn ihr jetzt einen Fernseher betreiben wollt, auch kein Problem. Aber dann geht halt der Treibstoff etwas schneller leer. Wenn ihr jetzt einen Schrebergarten habt oder ein großes Grundstück, ey, holt euch so ein Teil. Wenn ihr keine Nachbarn habt, sowieso, da könnt ihr auch ein bisschen mehr Treibstoff, glaube ich, zu Hause lagern, weil ihr einfach sagt, hier 100 Meter in die Richtung stelle ich einen Kanister, 100 Meter in die Richtung einen anderen und die sind ausreichend geschützt. Kann ich nur jedem empfehlen. Hier an der Seite haben wir zwei Steckdosen und USB, aber eben nichts für die Großstadt. Wie funktioniert das in einer Großstadt? Wenn ihr einen Balkon habt, ihr habt eine Terrasse, ihr habt Nachbarn und ihr wollt nicht jedem sagen, hey, ich habe Energie und ihr habt alle keine Energie. Und dann könnte man sich ja fragen, wenn keiner Energie hat, für was braucht ihr Energie? Ich brauche Energie, um eine Kamera zu betreiben, weil selbst sowas finde ich relativ interessant. Also mein Opa kam damals aus dem Krieg, der ist durch Frankfurt gelaufen, komplett zerbombtes Frankfurt und hat einfach Fotos gemacht. Und man guckt sich heute die Bilder an und denkt sich so, wow, krass, so sah das mal aus. Da auf dem Römer, da haben einfach, keine Ahnung, 40, 50 Käfer geparkt. Oder Wahnsinn, da haben die Leute in der Stadt die Steine oder den ganzen Schutt weggemacht. Wahnsinn, wie das damals aussah. Ich finde sowas einfach ultra interessant, Dinge zu dokumentieren. Als 2020, wie dieser Lockdown da stattgefunden hat, hat jemand Drohnenaufnahmen von Frankfurt gemacht, ist drüber geflogen. Und man denkt so, wow, morgens keine Autos gewesen. Krass, sind krasse Aufnahmen. Gibt es auch bei YouTube, könnt ihr euch mal angucken. Und ich finde solche Dinge zu dokumentieren einfach wichtig. Und da würde ich halt mit meiner Kamera durch die Gegend laufen. Ich weiß nicht, wie lange ich die Kamera noch habe, als kleines Beispiel. Aber ich finde sowas einfach interessant. Und dafür brauche ich zum Beispiel Strom. Ich brauche auch Strom für mein Handy, weil ich da Notizen drauf habe. Ich brauche auch immer Strom, um eine Datensicherung zu machen. Und da brauche ich natürlich meinen Laptop für. Aber wenn ihr in der Großstadt seid, ich kann dann jedem empfehlen, aus dieser Großstadt rauszugehen. Wenn ihr merkt, ey, hier ist seit drei Tagen kein Strom. Warum? Niemand ist darauf vorbereitet, weil wir in so einer absoluten Spiel- und Spaß- und Unterhaltungsgesellschaft leben, wo eigentlich keiner gerne sich auf Eventualitäten vorbereitet, weil jeder weiß, ich kriege zu jeder Zeit alles. Ich bestelle was und das ist am nächsten Tag da oder noch am selben Tag. Der Rewe hat sowieso bis 22 oder 23 Uhr offen. Kann ich da einkaufen gehen? Aber was ist, wenn das mal nicht mehr funktioniert? Was ist mal, wenn mal drei, vier Tage der Strom ausfällt, dann müssen die ihre Kühlregale leer machen, weil das Zeug kaputt gegangen ist. Ihr könnt da sowieso nicht einkaufen gehen, weil die Kassensysteme nicht funktionieren. Selbst wenn ihr Bargeld habt, habt ihr ein Problem, weil die Kassen nicht mehr aufgehen. Und ich weiß nicht, inwiefern das dann ablaufen soll. Da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Notfallpläne. Es gibt übrigens eine Notfallbroschüre vom Bundesamt für Katastrophenschutz. Das kann ich euch empfehlen, packe ich gerne in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch als Papierform schicken lassen, ist kostenlos oder als PDF runterladen. Und wenn ihr sowas auf dem Smartphone habt, könnt ihr immer mal durchschauen. Aber ich zum Beispiel wüsste jetzt nicht, was passiert, wenn jetzt mal zum Beispiel fünf Tage kein Strom vorhanden ist. Was machen dann die Supermärkte? Weiß ich nicht. Sagen die dann, okay, wir haben hier Reis und Nudeln und du gibst uns einen Euro oder zwei Euro und kannst dann dafür Reis und Nudeln kaufen, aber wir müssen es begrenzen pro Person oder pro Haushalt. Ich habe keine Ahnung, wie sowas laufen sollte, aber es sind halt einfach so Gedankengänge und ihr könnt ja damit anfangen, was ihr wollt. So, kommen wir zum nächsten Part. Genau, Stromversorgung in der Stadt. Wisst ihr, was das hier ist? Das hier ist der EcoFlow mit einer der coolsten Sachen aktuell auf dem Markt, also der krasse Shit, sage ich mal. Und zwar an der Seite habe ich vier Steckdosen und noch so einen Zigaretten, so eine 12 Volt Zigarettenanzünder. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Darüber könnt ihr zum Beispiel eine Kühlbox betreiben oder andere Geräte, die zum Beispiel diesen Anschluss supporten. Ihr könnt hier die Steckdosen ein- und ausschalten über diesen Knopf. Das ist AC, also Alternating Current Wechselstrom. Und auf der Vorderseite, ich zeige euch das jetzt mal, das kann sein, dass der Bildschirm relativ krass reflektiert. Ich schalte das jetzt mal ein. Und ich habe hier vorne zweimal USB-C, zweimal USB-A Fast Charge und zweimal USB-A ganz normal. Also dadurch laden eure Geräte langsamer, hier schneller. Und USB-C könnt ihr auch zum Beispiel eure Kameras aufladen. Und deshalb habe ich diesen EcoFlow zu Hause. Ich bin häufiger auf Hochzeiten oder auf Shootings. Die finden im Freien statt. Und ich sage, okay, ich habe jetzt zwar vier LP6NH-Akkus, die aufgeladen sind, aber kann ja sein, dass ich zwölf Stunden auf einer Hochzeit bin. Ich habe zwei Kameras dabei, da wird alles leer geballert, was da ist. Ich muss die Blitze aufladen oder wie auch immer. Und deshalb habe ich diesen EcoFlow, also eher für die Arbeit. Aber das Coole ist, das hier ist quasi eine große Powerbank, die so gut wie keine Geräusche macht. Wenn ihr diese Powerbank aufladet, das funktioniert übrigens über eure Steckdose zu Hause, die ist aufgeladen in einer Stunde bis zu 80%. Oder ihr ladet diese riesen Powerbank mit ihren 1260 Wattstunden über Solar auf. Das ist nämlich richtig cool. Wenn ihr einen Tag habt, einen sonnigen Tag im Sommer, dann braucht ihr zwischen vier und acht Stunden, damit dieses Gerät vollständig aufgeladen ist. Und zwar mit so einem Solarpanel, was ich euch auch gleich noch zeigen werde. Und dadurch seid ihr wieder ein Stück unabhängiger. Natürlich, je mehr Geräte dranhängen, desto länger dauert das Ganze, weil ja gleichzeitig die Geräte geladen werden, plus diese große EcoFlow Powerbank, wenn ich es mal so sagen kann. Und dadurch seid ihr wieder ein Stück unabhängiger von der Energie. Kann ja auch sein, dass ihr euch für euren nächsten Campingausflug sowas hier zulegt, weil ihr sagt, ey, ich gehe mit den Kindern campen, die können darüber ihr Handy aufladen oder abends das iPad. Ich lade darüber die Taschenlampe auf oder anderes Equipment. Ihr seid angeln und an irgendeinem schönen See. Da gibt es keinen Strom. Und abends habt ihr halt darüber irgendeine kleine Lampe laufen. Das gibt es in sehr vielen verschiedenen Versionen. Es gibt die kleinen Version mit nur einer oder zwei Steckdosen dran. für knapp 400 Euro bis 700 Euro. Dann mehr Steckdosen, mehr Leistung, geht hoch bis 1000 Euro. Und ich glaube, die teuerste kostet knapp 4000 Euro mit Rollen hintendran. Also die hat dann wirklich Power. Damit könnt ihr dann auch einen Fernseher betreiben oder auch einen Kühlschrank. Das hier ist so das mittlere Modell. Und damit bin ich häufig unterwegs, habe ich hinten im Auto drin. Ich gehe selten campen. Allerdings, wenn ich unterwegs bin, und ich habe ein großes Shooting, kann ich hier alle Geräte mit aufladen. Ich lade hier meine Pro-Foto-Blitze mit auf. Ich lade hier meine Kameras mit auf. Das Smartphone. Und habe keine Sorgen, wenn ich unterwegs bin, dass das Ding auch nur ansatzweise leer geht. Also hiermit könnt ihr ungefähr 130 Mal euer Smartphone aufladen oder 20 Mal euer Computer. Ihr könnt damit eine Bohrmaschine betreiben bis, was weiß ich, zwei Stunden oder so. Hat echt viel Power. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich packe euch die verschiedenen Modelle in die Videobeschreibung. Dann ist es wichtig, dass ihr unabhängig seid. Ich habe euch ja gesagt, ihr könnt das Gerät zwar aufladen innerhalb von einer Stunde, 80 Prozent. Aber was ist, wenn der Strom schon ausgefallen ist? Kann doch sein, dass ihr einen schönen Tag erwischt habt, wo mal sowas passiert. Dann ist es wichtig, sowas zu Hause zu haben. Und zwar ein Solarpanel. Ich baue euch das mal gerade auf. Und zwar in Realtime. Dass ihr seht, dass sowas relativ schnell funktioniert. Ihr seht, dass es quasi wie eine Tasche liefert. 120 Watt. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Da ist gerade die Taschenlampe runtergefallen. Wenn ich sage noch ein bisschen mehr, weil ich an dem EcoFlow sehe, was reinkommt. Und da stehen jetzt nicht maximal 120 Watt, sondern eher so um die 160 bis 170 Watt. Wenn ich dieses Solarpanel bei Tageslicht aufgestellt habe. Und lade damit quasi meine ganzen Geräte auf. Hier hinten sind quasi so Stützen. Die kann ich ausklappen. Und dann könnt ihr euch das in euren Garten stellen. Kostet um die 300 Euro. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, das ist viel zu teuer. Braucht das sowieso niemand. Oder ihr sagt, ey geil, lege ich mir zu. Ich meine, es liegt ja an euch. Ihr müsst ja wissen, was euch wichtig ist. Wenn ihr sagt, nee, ich bin froh, wenn mal der Strom aus ist. Dann muss ich mal nicht meine elektronischen Geräte benutzen. Und fange mal wieder an, ein Buch zu lesen. Auch geil. Und der andere sagt, nee, ich brauche auf jeden Fall Strom. Und muss das Wichtigste, was weiß ich, mit Strom versorgen. Kann ich nur jedem empfehlen. Und das Allerwichtigste ist, ihr könnt das Ganze in der Stadt betreiben. Weil das Ganze keinen Ton macht, wie zum Beispiel ein Generator. Ihr könnt das auch neben euer Bett stellen. Euer Handy aufladen, die Taschenlampe aufladen. Was weiß ich, so eine Notfalllampe aufladen. Oder die Powerbank aufladen, weil ihr sagt, ey, morgen muss ich mal ins Nachbardorf irgendwas gucken. Wie auch immer. Und das könnt ihr euch auch auf den Balkon stellen oder auf die Terrasse. Und das Ganze macht eben keinen Ton. Und außer, wenn ihr aufladet, dann hat das drin so einen Lüfter. Der ist relativ leise. Also wenn ihr den auf dem Balkon habt, wird es keiner hören. Und das hier ist eben das Solarpanel. Könnt ihr auch einfach transportieren. Ist quasi wie eine Tasche. Wiegt jetzt, würde ich mal so sagen, so um die 6, 7 Kilo. Wem das zu teuer ist, habe ich noch das hier. Weil ich ja gesagt habe, mir ist Energie wichtig. Vielleicht ist der eine oder andere draußen, der sagt, mich juckt das alles nicht. Aber mir ist es wichtig. Wenn ich unterwegs bin, das habe ich mir erst heute gekauft, zeige ich euch mal. Das hier ist auch ein Solarpanel. Ja, sage ich mal, für den Not-Not-Notfall. Er liefert 30 Watt. Und hier ist schon ein kleines Modul eingebaut. Und zwar zweimal USB, einmal Fast Charge und einmal normal. Ich glaube, je langsamer man die Akkus lädt, desto schonen dafür die Akkus. Und desto länger halten sie. Wenn mich nicht alles täuscht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und einmal USB-C mit Power Delivery. Und Power Delivery ist entscheidend, weil damit könnt ihr auch eure Kameras aufladen. Oder iPad oder Smartphones, das ist sowieso klar. Aber wenn ihr jetzt eine große Tour macht, kann auch sein, dass ihr Wildlife-Fotografer seid. Oder ihr wandert gerne durch die Schweizer Alpen. Und ihr seid jetzt mal ein paar Tage unterwegs mit eurem Zelt. Könnt ihr das hinten an eurem Rucksack befestigen, über diese Ösen hier, mit Karabinern, die übrigens dabei waren. Tut es hinten am Rucksack und lauft durch die Gegend und ladet gleichzeitig eure Geräte auf. Wie zum Beispiel die Kamera, die Powerbank, das Smartphone und ja, so sieht das Ganze dann aus. Wiegt so gut wie gar nichts. Ich würde jetzt mal schätzen ein Kilo oder so. Aber ihr habt immer was für den Notfall. Kommen wir zum letzten Part. Und zwar, selbst ist der Mann, ihr wisst es ja. Und ich sage immer wieder das konkrete Beispiel, weil ich es auch schon von Kollegen gehört habe, die in NRW wohnen oder auch selber vor Ort waren und gesagt haben, ey, was da abgeht nach Ahrtal. Und zwar immer noch, dass die Leute immer noch teilweise keine Energie haben, keine funktionierende Heizung. Und der nächste Herbst und Winter kommt bestimmt. Es ist eben auch wichtig, wenn mal irgendwas passiert ist, wie man am besten aus der Situation rauskommt. Und wenn ihr jetzt für alle Sachen immer einen Handwerker rufen müsst, die vielleicht gar keine Zeit haben, wo vielleicht auch keiner ans Telefon drangehen kann, weil die gar keinen Strom haben oder ihr keinen Strom habt oder das Handynetz nicht funktioniert, ist es wichtig, auch teilweise Dinge selber zu erledigen, vielleicht zu reparieren oder auch zu schützen. Wenn ihr jetzt merkt, ich bin Ladenbesitzer in einer Großstadt und wir hatten jetzt großen Stromausfall, eine Flutkatastrophe oder ich weiß, dass eine kommt und ich will präventiv meinen Laden schützen, so wie die Leute zum Beispiel in den USA, die dann USB-Platten vor ihre Läden machen, um eben die Schaufenster zu schützen, weil sie wissen, dass ein Sturm kommt. Oder weil sie wissen, da kommt eine Flutkatastrophe und ich will versuchen, den Schaden auf so weit wie es geht eben zu minimieren, dann ist es wichtig, dass ihr funktionierendes Werkzeug zu Hause habt. Jetzt sagt der eine oder andere ja, okay, aber wie soll ich jetzt meine Flex- oder meine Kappsäge benutzen ohne Strom? Ja, deshalb gibt es ja diese wunderbaren Akkugeräte hier. Das hier ist zum Beispiel ein Drehschlagschrauber, damit könnt ihr auch eure Reifen wechseln, wenn ihr mal eine Panne habt, klar, das müsst ihr auch erstmal dabei haben. Ich habe sowas in der Regel übrigens dabei. Vorne ist ein Bit-Aufsatz, also das ist jetzt nur ein Beispiel, ob das jetzt Bosch, Makita, Hilti oder was weiß ich ist. Damit könnt ihr euren Laden schützen, weil ihr eben wisst, okay, hier, morgen ist ein riesengroßer Sturm angekündigt und ich sage euch, der nächste Herbst kommt auch und ich glaube, vor einem Monat oder zwei hatten wir ja erst irgendwie ein Tornado bei Paderborn oder so, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich wenig in den Medien darüber mitbekommen, aber ich habe es mitbekommen. Und wenn ihr eben sowas vorher wisst, könnt ihr zu Hause sagen, ey, ich hole mir jetzt ein paar OSB-Platten und versuche irgendwie die Scheiben zu schützen, ja, und hocke dann halt bei mir drin, habe eine Kerze an und hoffe, dass alles gut geht. Und da ist es eben wichtig, dass ihr auch Werkzeug zu Hause habt, um eben die wichtigen Dinge zu machen. Ich habe hier zum Beispiel eine Flex, die Flex läuft mit Akku, das ist jetzt ein 18 Volt, 12 Ampere Stunden Akku, ja. Kann ja sein, dass euch irgendwas ins Haus geflogen ist, eine Antenne oder irgendein Handymast und den müsst ihr jetzt irgendwie rausschneiden, weil da irgendwie noch Strom drüber läuft oder was weiß ich, ey, der hängt durchs Fenster und den müsst ihr irgendwie loswerden. Dann nehmt ihr die Flex, das ist jetzt Stufe 3, das ist jetzt Stufe 1 und könnt dann dieses Zeug loswerden. Vielleicht ist euch auch ein Zaun an euer Grundstück geflogen. Was weiß ich, was alles passieren kann, es geht ja nur darum, dass ihr auf manche Dinge vorbereitet seid. Wenn ihr in der Großstadt wohnt, im zehnten Stock von irgendeinem Mehrfamilienhaus, braucht ihr wahrscheinlich auch kein Werkzeug, weil was wollt ihr da oben reparieren? Was soll euch denn bitte schön auf den Balkon fliegen im zehnten Stock? Wahrscheinlich nichts, aber wenn ihr jetzt auf dem Land wohnt oder vielleicht in einer Kleinstadt oder vielleicht in einer Großstadt, aber unten und euch ist irgendwas aufs Auto gefallen, ja, kann ja auch ein scheiß Straßenschild sein, könnt ihr das damit entfernen. Und das ist eben wichtig, dass ihr unabhängiger werdet. Ihr könnt damit Schaufenster sicher machen, ihr könnt damit ja auch normale Arbeiten zu Hause verrichten, ihr könnt damit auch alle halbe Jahre mal eure Reifen wechseln. Und das ist eben enorm großer Mehrwert für euch, je mehr ihr wisst, je besser ihr vorbereitet seid, desto entspannter könnt ihr durch diese Zeit eben durchgehen. Und ich habe hier zum Beispiel noch eine Baulampe, einen Baustrahler, den nutze ich manchmal auch für meine Fotoprojekte, einfach um mehr Licht im Raum zu haben, den kann ich auch dimmen. Und das Coole ist, wenn ihr so ein System habt mit Akku, es gibt ja ganz viele Geräte, dann könnt ihr den Akku rausnehmen, hinten reinmachen und diese Lampe dann mit Akku betreiben. Und den Akku könnt ihr wiederum aufladen über das Ladegerät, über den EcoFlow oder zum Beispiel über den Generator. Und das Ganze funktioniert natürlich auch mit Solarenergie, die in den EcoFlow rausgeht und ihr holt sie dann wieder raus und könnt dann eben diese elektronischen Geräte benutzen. Stellt euch mal vor, wie wichtig das ist, in einer Stadt, wo eine Flutkatastrophe geherrscht hat, dass man den Nachbarn auch helfen kann, Dinge wieder aufzubauen. Was weiß ich, das Carport ist umgefallen, die Terrasse liegt im Garten, die Holsterrasse liegt im Garten. Oder der Dachstuhl ist eingeklappt. Wie wichtig es ist, sowas zu Hause zu haben. Und es kommt halt, wie gesagt, darauf an, ob ihr jetzt davon betroffen seid oder nicht, aber das wisst nur ihr. Wichtig ist, was ich euch in diesem Video zeigen wollte, Unabhängigkeit war noch nie wichtiger als heute. Das Teil könnt ihr auch zum Beispiel zu Hause benutzen in eurer Wohnung. Akku, leichte Stufe, habt ihr auch, was weiß ich, 3-4 Stunden Licht. Kommt natürlich darauf an, welchen Akku ihr nutzt und auf welcher Helligkeit. Aber ihr habt zumindest mal abends Licht, um irgendwie mit den Kindern gemeinsam Abend zu essen. Und ja, das soll es auch gewesen sein. Ich bin sehr froh über eure Kommentare. Ich lese wirklich jeden Kommentar. Ich versuche auch, jeden Kommentar zu beantworten. Ich bin froh über euer Feedback. Schreibt mir rein, was ihr besser machen würdet. Liege ich falsch? Gibt es noch andere Meinungen da draußen? Unter diesem Video ist ganz viel Platz. Wenn ihr meinen Kanal aktiv unterstützen möchtet, könnt ihr einiges von diesen Sachen hier über den Link in der Videobeschreibung kaufen. Folgt mir auf Telegram und auf Instagram. Wir sehen uns und ja, alles Gute für die Zukunft und bleibt stabil. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank. – – – Untertitelung des ZDF, 2020